Was das Forum und den Arbeitskreis XXL anbelangt, das gefällt uns besonders, weil Fachleute an bestimmten Terminen mit Zeit zusammenkommen, um bestimmte Fragen zu diskutieren. Wir haben ein Fachpublikum da, haben aus der verladenen Wirtschaft, also aus den Herstellerbetrieben, haben wir hier ein gutes Publikum, gute Fachbeiträge und auch in den Pausen gute Gespräche. Also ich denke mal, so ein Forum hat auf jeden Fall großes Potenzial. Foren sind sowieso sehr gut, weil sie halt eben Kommunikation betreiben und den Gedankenaustausch von vielen verschiedenen Playern. Also wir können uns ja eigentlich nur als Anspielpartner anbieten, als Standort, wo halt eben verschiedene Verkehrsträger zusammenkommen. Dafür braucht man spezielle Standorte, weil wir halt eben über XXL-Produkte sprechen und vor allem Platz.